Du filmst immer? Ja. Die ganze Zeit über? Immer. Auch wenn du schläfst? Ja, besonders dann. Dann hast du die Kamera das letzte Mal geladen. Gestern, vor einem Jahr etwa. Ah ja, ist aber ein verdammt guter Akku. Was für eine Kamera nutzen wir eigentlich? Das ist so eine ganz billige, so 50.000 Dollar Grundausstattung. Wird bei den Amis viel benutzt für Film und Serien und so ein Kram. Ja, aber warum sieht unser Material dann so scheiße aus? Weil wir das nachbearbeiten, damit es authentisch aussieht. So wie so eine 100-Dollar-Kamera. Ja, dann könnten wir doch auch gleich eine 100-Dollar-Kamera nehmen, anstatt so ein teures Ding. Und wenn es dann scheiße aussieht, sagen wir, ist die scheiße aus, weil es authentisch aussehen soll. Aber dann wäre es ja nicht mehr kontrolliert, scheiße. Weil fürs Kino musst du ja, weißt du, und ah fuck, mein Akku ist gleich leer. Ach, jetzt auf einmal. Hi. Hallo. Ähm, läuft das Ding? Ja. Du filmst immer deine Tür. Ja, wenn es klingelt. Was war das? Ein Schnitt. Aber wieso? Das ist offenbar nicht interessant genug, was wir zu erzählen haben. Aber wer würde denn kleine Passagen rausschneiden? Ich meine, wenn es langweilig ist, was wir hier reden, warum schmeißt du dann nicht gleich die ganze Szene weg? Ist ein Spielmittel. Was war das? Um, biszinho. Untertitelung des ZDF, 2020